kann ich natürlich nicht machen ich muss weiter spielen sonst sterbe ich aber das level wird richtig arsch fick zumindest am anfang am anfang wird richtig hässlich das level das ist wieder genauso wie gerade eben man wird gleich am anfang von allen seiten beschossen also nur von einer seite aber in dem fall jetzt halt von beiden seiten und zwar nicht gerade ohne man sitzt nämlich direkt auf politiker lacht ich glaube das gab es ein kleines trick und zwar weiter ich will hier nicht sein ach du kacke okay das wird schon mal nichts denn alles in der richtung da kommt Was ist denn hier los? Ist ja noch schlimmer als ich dachte. Na komm mal her jetzt. Okay. So. Ich glaube ich habe einen einigermaßen sicheren Spot gefunden. Digga, der Umfeld kackfiesch. Alter. Ach, ist schon Raketenwerftzombie. Bitte. So, erstmal Waffencheck machen. Erstmal hier rein und Waffencheck. Von was habe ich jetzt alles geladene Waffen? Ah. Ah. Okay. 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 Ach, siehst du das Thema? Kann ich nochmal einsetzen. Okay. Okay. So viel zu dem Thema. Okay. Gut, gut, gut. Gut. Ähm. Gut. Dann nehme ich mal die hier. Komm mal her, du Arsch. Jetzt habe ich den von hier nicht oder was? Woaa. Kommen die nicht weiter, jetzt bist du der Strick. Kommen die nicht weiter, jetzt bist du der Linie hier oder was? Kommen die nicht weiter, jetzt bist du. Kommen die nicht weiter, jetzt bist du. Kommen die nicht weiter. 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 Kommen die einfach nicht weiter. Kommen die nicht weiter, das ist wirklich schwer. Oh, du Maul, ey. Alter, warum haben die... Was hat der denn jetzt? Die hatten Granaten, wie er es war. Digga, das wird immer besser. Alter, das ist mir echt ein bisschen zu rettig. Oho. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Und ich habe auch wieder keine Ahnung, wie ich gehe, das Gefühl. Oh, fuck. Oh, Mann. Halleluja. Oh, Alter. So, noch mal eins gesichert. Also erstmal speitern. Geht doch. Ah, komm. Runter. Alter. Da, das ist schon echt heftig. Danke. A3-4 noch. Und ich weiß auch, was hierhin geht. Und daher würde ich mal sagen, wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen erstmal zurück. Und gehen von der anderen Seite ran. Und zwar... Hier lang. Dann wollen wir mal. Machen wir jetzt hier. So. Was ist das? Was? Oh. Brauche ich dich? Nee, ich schicke dich mal lieber auf zum Schluss. Alter, hier geht ab. Ich hätte erst mal Mittagspause gemacht. Ich glaube es ja. Wow. Alter. Geht doch. Mein Abzug klingt. Müssen wir wieder meine Waffe reinigen. Ja, komm. Oh, ich bin voll. Wow. Was? Was war das denn? Was? Geht doch. So. Okay. Okay, erstmal aufgeweckt. Und jetzt. Boah, Alter. Ich hab Angst. Okay. Boah, ich hab zu sehen, muss walten. Bitte. Alle weg. Ah, einer ist da noch. Jetzt sind alle weg. Heiliger. Alter, wer findet so ein Level? Ja, der müsste aufpassen, wenn er zu oft, also zu schnell hintereinander, die nach rechts Taste oder die nach links Taste drückt, dann springt der so. Ich hab leider noch nicht herausgefunden, wie man das deaktivieren kann, weil, hab da gerade gesehen, wo das führen kann. So, alle Waffen geladen. Okay. 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 Oh. Ist aber schick. Gibt's auch auf Raten? Was? Ach, deswegen hab ich hier von Kinderfeinde gesehen. Äh, das Ding war einfach nur, ist ja hässlich. Oh, ist ja scheiße. Na gut. Boah, Alter. Oh, jetzt kommt die Sonne richtig raus. Oh, Leute, ich sehe nichts mehr. Hier, wenn du nicht mehr Personn du nicht mehr freundet. Dann schau dir jeden Fall an. Wir müssen her. Da. Da. Ah, geht doch. Danke. Alter, ich schalte gleich die Sonne aus. So. Ist doch noch einer. Achso, da oben. Gut, dann geht's jetzt noch da weiter. Danke. Danke. Egal, aber wie viel ECB ist hab ich denn gesagt? Wie ist er hier? Oh, viel Party as fuck? So. Oho. Danke. So. Na komm. Ach so, ja gut. Das war natürlich sinnvoll as fuck. Aha, okay. Ach, die leiden wir beide noch? Ich hatte einer von den Netzberecht gestorben. Na, wie geil ist das denn? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen schicke Munition hier. Okay. Von was haben wir hier wie viel auf der Map anliegen? Weil es kommen nicht noch ein paar Gegner, aber bloß noch ein paar. Ich meine, ihr seht da ja oben links. Ich könnte auch mal... Welches ist das? Nein? Hä? Hallo? Okay. Ah. Die wir mal benutzen, weil da liegt so schön viel Munition dafür rum. Also wie viele Scheiß Gegner das einfach sind. Gott. Okay. Wir müssen zuerst da hinten hin. Dann... Ich speichere ganz kurz. Und dann... Und dann... Äh, das war schon mal... Fuck you! Entschuldigung! Oh, was war das denn da? Woher schießen die Gegner her? Die können die schießen doch. Oh, ich hab trotzdem gefallert mich zu nehmen. Na gut. So. Aha. Aha. Oh, der Weg erreicht. Gut. Jetzt haben wir alle Gegner durch. Wow. Äh, wo? Dein. Go, das gefällt mir. Oh, hier haben wir auch alles. Genau, sind wir überall voll. Gut, dann machen wir erstmal was und check und dann wird man so an, was das für diese Map. Habe ich gar keinen Granatenwerfer? Oh doch, hab ich. Okay. Wenn er nicht nachladen kann, macht er komische Geräusche. Interessant. Wir müssen mal diese Waffe einsetzen, weil die ist echt geil. So stecken wir nicht dran, ne? Speichern. Achso. Äh. Macht natürlich voll Sinn jetzt schon zu speichern. Jetzt muss ich speichern. Dankeschön. Gut. Dann würde ich noch sorgen. Doch, ich werde verschwinden. Bin ich gerade. So. So. Das war's mit dem Level. Ja. Dann ciao. Ja. Ja.